hey sehr unkündig war hier ist wieder euer kern und zurück mit let's play und wir haben es wieder einmal 100 prozent wir haben es wieder einmal geschafft das verkockt der level ok leben bekommen dass ihr wollt nicht wissen wie viele wie viele leben der jetzt hier bei diesem verdammten versuch verbraten hatte wo ich mir aussuchen welche drei nimmst du unten links oben mitte unten rechts und welchen davon speziell die goldene mitte 23 waren richtig gut viel spaß ja nur don't look back ok aber ich habe zurückgeführt auch scheiße irgendwie ist dieser titel passend für den heutigen tag wenn 2020 zu ende geht scheiße toll dafür mache ich mir den ganzen wusch hier das sieht aus als ob der ballon am zwinkern ist ich weiß es einfach ich weiß es einfach ich weiß es einfach aber wel oder Oh Gott Ich meine ich habe hier einen Shy Guy mit einer roten Münze gesehen genau deshalb das sei jedenfalls sehr stark danach aus und wir kennen die zwei geist in diesem spiel ja ja die sind richtig ach ja das war ja nur das war auch so einer meiner Hasslevel da ich habe mich nicht verguckt woah woowowowowowowowow off hm Oh Mann, ey. Oh, okay. Hubschrauber? Hubschrauber. Ein Frubhauber. Ein Hubschraubschraubs. Wow. Oh, hörst du auf mit dem Scheiß? Ja, natürlich. Das ist so dummer Spassi. Du müsstest nicht mit einem gekonnten Schuss irgendwie abballern. Oh, du hast ihn getroffen. Ich treffe seine komische Gedickster. Aber abgeschossen habe ich ihn nur nicht besiegt. Ja, zweimal hast du ihn getroffen. Ah, ah. Doch, hast du. Nein, nur einmal. Der war gelb. Und einmal rot. Hm, hm. Doch, ne. Ich gucke gleich nach. Für mich sah der nämlich nur gelb aus. Das könnte ich auch so witzig sagen. Ich habe wieder Beweis. Wow. Wow. Mario Kart. Der Rote war schneller als der Grüne. Er hatte auch Verfolgungssensoren. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Ey, diese Scheißpflanze hat mich so aus dem Konzept jetzt gebracht. Oh, mein Gott. Ich glaube, das wird wieder ein etwas längerer Part. Ja. Oh, mein Gott. Hier unten war nichts mehr. Hast du die Blume eingesammelt? Ja, habe ich. Gut, gut, gut. Nein, ich habe gerade nicht hingeguckt. Nein, nein, habe ich. Das ist doch alles Algengrütze. Okay. So, denk an deinen Erzfeind. Ich weiß, dass der da ist. Ich habe ihn nicht vergessen. Keanu ist Erzfeind. Yo. Ich glaube, der ist am besten auf dem Sternkreis. Der ist aber richtig assi platziert, ey. Jetzt haben wir wenigstens mal einen Checkpoint. Los. Ja. Okay. Let's go. Ach, shit. Jetzt hätte ich Erfolg gelohnt. Und er feuerte in die Richtung. Wie konntest du bitte da stehen? Ich habe keine Ahnung. Den hätte ich sogar verpasst. Ach, hier sind wir. Alles klar. Oh, Junge. So, mir hat sich der Leuchhörnchen. Hm. Toll. Krieg ich? Könntest du kriegen, ja. Pixelarbeit. Na. Sehr gut. So. Oh Gott, ey. Dieser Scheißgegner hier. Kein Genickbruch. Schade. Da ist nichts. Ach, scheiße. Das funktioniert. Du könntest, warte mal, warte mal, warte mal, du könntest, wenn du dir das zutraust, dann mit einem Flatterflug auf die Box drauf springen, von der Box wieder die Münze einsammeln und den Panzer kannst du dann für die Blume nehmen. Hups. Ja. Ah. Prima, Fox. Ne, das kriegt man nicht hin, oder? Du willst da runtergehen, dann stampfen, oder was? Das würde gar nicht gehen, ich würde wieder hier drauf landen. Ja. Oh, ey. Das ist schon wieder dieser Asi. Äh, äh, äh. Das sind nur normale. Und, was haben wir hier? Hoffentlich war jetzt rechts nichts. Hier geht's weiter, oder was? Weißt du was? Ich suche mir einen Ort, wo ich, äh, sterben kann, und dann passt das. Gibt's hier keinen Ort, wo ich mal kurz runter springen kann? Oh, ist das Ende. Oh, das ist das Ende. Oh, Rob, ey. Das ist alles sehr strange. Oh, der Falle hat's Maul. Oh, die Ballons. Weiß da kurz lieber die Ballons an, anstatt dem Baby zu helfen. Soll ich ihn retten, oder nicht? Oh, der Kack. Ja, sie drückt sich so, oh, nein, was mach ich jetzt? Ich war zu unfähig, ihm zu helfen. Au. Das hat weniger gut funktioniert. Du hast jetzt hier unten alles abgerassen. Ja, natürlich. Oh. Oh, meinst du, 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 du. Ja, keine Panik. Auf der Titanic. Jetzt gucken wir uns hier oben alles an. Also, du darfst zu sterben, das hat sich gelohnt. Hm. Tuf, 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 tuf. Uh, uh, uh. Oh. Boah. Alter. Ich hab den Knopf erstmal nicht gefunden. Tschüss. Tschüss. Nein, das Leben, das hätt mir doch gebraucht. Wow. So, in Not müssen wir wieder den Eiertrick machen. Der Eiertrick. Der Eiertrick. Der Eiertrick. Wow. Oh, ne. Please don't do it. Again. Pff. Uff. Kein Eiertrick. Jetzt muss ich es nur da zurückschaffen. Wow. Oh. Komm her. Nicht du. Was? Oh. 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 ich will kommen gerade so nervöses augenzucken wie aktiviere ich den denn hier am besten mithilfe der röhre immer ein bisschen scrollen würde nein zu weit hier kommen ja zum glück unendlich viele jetzt dachte ich dass er etwas höher käme hey was zum was mache ich falsch soll ich mal probieren toll was zum ach shit verpässt dich so langsam was zur hölle da ist ein scheier aus der röhre gekommen ne was ist das war plötzlich hat sich ein video gestartet mal ein erfolg ich glaub wir haben genug jetzt oder ich hab zwei sterne kriegst du ja raus ich hab's gleich alter nervt mich nicht wir brauchen noch ein drittes also was eine präzisionsarbeit ich hab versehentlich das rote äh das gelbe mit weggeschossen das geht mir grad so auf den keks so jetzt bitte kein fehler oh danke das war wieder ein unnötig langer part das ist mir so kackegal was macht man nicht alles für die 100 prozent noch eine 3 kriegst na gut wie auch immer das war euer kerne mit let's play joshis islands mit dabei war mit 155 leben bis zum nächsten mal ciao ciao Hallo!